Mit dem Tiefbauamt haben wir über die Problematik gesprochen und einige Vorschläge konnten wir einbringen, die auch zu Veränderungen geführt haben. Die Zusammenarbeit mit den halberstädten Behörden ist sehr positiv. Die Stadtväter finden wirklich ein offenes Ohr, wenn man mit Problemen zu ihnen kommt. Ich bin der Meinung, dass man auch Kompromisse machen muss. Es ist nicht möglich, bis in jede kleine Ecke barrierefrei zu bauen, auch wenn man als Rollstuhlfahrer mal einen kleinen Umweg in Kauf nehmen muss. So denke ich, ist das absolut zumutbar. Wichtig ist natürlich das Ergebnis, dass man sein Ziel erreichen kann. Ist auch schön. Du kannst überall jetzt ran, ja? Also wir haben jetzt Bummeln gemacht. Seit um neun Bummeln wir da drin. Du kannst auch freundlich in Rollstuhlgericht und die Kölferinnen sind nett, ja? Ja, so ist es.